Der The Impossible ist ja ein großer Anspruch. Wir machen es nicht drunter, das 21. Jahrhundert feministisch gestalten. Das ist das Motto dieses viertägigen Kongresses, zu dem etwa 100 Expertinnen gekommen sind und noch kommen werden. Das Thema heute ist ein, oder das Thema jetzt, vertrieben sein und trotzdem arbeiten, hat eine große Aktualität. Ich muss es Ihnen nicht sagen, ganz Deutschland diskutiert darüber, über Flüchtlingshilfe, wie man mit dem Problem klarkommen kann, ob wir es schaffen können oder nicht. Der Slogan von unserer Kanzlerin Angela Merkel, das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Diskussion, die wir heute um die Frage bereichern wollen. Wie sieht das eigentlich strukturell aus? Wie sind die Strukturen gebaut, um Partizipation zu ermöglichen oder eben nicht zu ermöglichen? Und Lana Idris, die ich Ihnen gleich noch genauer vorstellen werde, ist Bankdirektorin und Unternehmerin aus Frankfurt. Sie ist Direktorin der BAF Bank, die in Frankfurt am Main angesiedelt ist. Sie hat verschiedene NGOs gegründet und zwar in Bezug auf Syrien. Lana Idris ist seit Jahren aktiv in der Syrienhilfe. Die NGOs heißen To Decide und Gyalpa. Gyalpa ist das soziale Handelsunternehmen, von dem wir jetzt auch gleich noch mehr erfahren werden, wie man arbeitet. Nämlich Lana Idris, die von Hause aus Politikwissenschaftlerin ist und auch Jura studiert hat, hat einfach mal gesagt, ich probiere jetzt mal das Unmögliche und ich mache Geschäfte mit Syrien und zwar im Krieg. Und davon werden wir jetzt noch mehr erfahren. Worauf ich Sie auch noch hinweisen möchte oder was wir natürlich auch thematisieren möchten, Sie wissen es sicher, am Freitag wurde das Asylrecht verschärft. Das heißt, das ist der Kontext, in dem wir uns bewegen, dass es auf der einen Seite ein großes ziviles Engagement gibt, gleichzeitig die Entscheidungsträger, die Menschen, die politische Macht in den Händen halten, die Situation für Asylbewerber und Asylbewerberinnen strukturell verschärfen. Das ist gerade jetzt am Freitag durchs Parlament gekommen, dass die Situation verbessert sich also erstmal nicht für Vertriebene, sondern sie verschlechtert sich. Das sollten wir bei der Freude über das zivile Engagement nicht vergessen, dass im Moment wir es mit einer Polarisierung zu tun haben, ein ziviles Engagement auf der einen Seite und eine politische Elite, die daran arbeitet, möglichst viele Vertriebene erst gar nicht in das Land hineinzulassen oder möglichst schnell wieder loszuwerden. Heute ist der erste Flüchtling an der bulgarischen Grenze erschossen worden. So, das ist so ein bisschen das Negative oder der problematische, der besorgniserregende Kontext. Wir richten jetzt heute den Blick gemeinsam mit Lana Idris auf Möglichkeiten zu handeln, auf Möglichkeiten, Strukturen zur Partizipation aufzubauen. Die Frage der Erwerbsarbeit ist eine, die auch langsam diskutiert wird in den Medien, also Erwerbsarbeit für Vertriebene. Was in dieser ganzen Debatte allerdings fehlt bislang, ist ein Blick auf, wie bringt man eigentlich vertriebene Frauen in Arbeit. Wir wissen, dass Selbstbestimmung ganz wesentlich davon abhängt, dass man ein unabhängiges Einkommen hat. Das wird in der Regel erworben durch Erwerbsarbeit, zumindest bei den meisten ist das so. Wie also, und das ist jetzt die zentrale Frage, mit der wir uns in den nächsten Jahren strukturell beschäftigen sollten, wie kann man vertriebene Frauen, und zwar vertriebene Frauen im Ausland und vertriebene Frauen hier in Arbeit bringen? Und wie können wir hier unseren institutionellen Einfluss, unsere institutionelle Macht als Feministin nutzen, um genau dieses Thema aufs Tapet zu bringen? Lana, du hast sehr, sehr viel Erfahrung. Ich freue mich sehr, dass du aus Frankfurt hier gerade hergefahren bist, trotz aller Staus rechtzeitig angekommen bist. Wir haben das so besprochen, dass du uns erstmal einen Einblick geben wirst in die Arbeit von Gialpa, in die Arbeit von deinem sozialen Handelsunternehmen, das du vor einem Jahr gegründet hast. Damit würde ich gerne das Wort an dich übergeben. Ja, vielen Dank. Ich stelle mich mal dahin, damit ich die Bilder, und das wäre sehr schön, wenn die dabei laufen würden, auch sehen kann. Ich habe mal was mitgebracht. Also, erstmal schönen guten Abend und herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Meinen Namen haben Sie jetzt schon ein paar Mal gehört. Ich möchte erstmal auf das soziale Handelsunternehmen, was wir gegründet haben. Wer sind wir? Das ist eine Gruppe von circa 16 Deutschen und Syrern vornehmlich, die in Frankfurt und Berlin angesiedelt sind. Die Firma selber ist in Frankfurt niedergelassen. Zum Hintergrund, am Anfang sehen Sie Bilder, wie sie typisch sind in Flüchtlingslagern. Denn wir haben angefangen mit ganz normaler, jedenfalls noch deutschem Vereinsrecht. Wir haben einen gemeinnützigen Verein gegründet. Wir haben Spenden gesammelt. Wir haben vor allen Dingen Kinder-, Jugend- und Frauenprojekte unterstützt. Im Rahmen der syrischen Krise seit 2011 ist es aber uns dann, wie vielen anderen auch passiert, dass wir lernen mussten, dass Spenden volatil sind. Ist diese Krise in den Medien, können wir Spenden sammeln? Ist sie das nicht? Und das war sie sehr, sehr lange nicht und besonders nicht, solange kaum Flüchtlinge hier ankamen. Und da ich aus einem wirtschaftlichen Hintergrund komme, habe ich mich gefragt, wie können wir das bekämpfen? Denn wenn ich eine Firma gründe, ein Start-up, dann würde ich denjenigen, der das macht, auch fragen, wie stellt er seine liquiden Mittel sicher? Was für eine Planung hat er? Und deswegen haben wir ein Unternehmen gegründet als zweites und keinen Verein mehr. Das liegt daran, dass man dann Cashflows planen kann. Das heißt, wir kaufen Produkte von Syrerinnen im Libanon, im Türkei und in Syrien hergestellt und bald auch in Deutschland und verkaufen sie hier. Wir schaffen einen Marktzugang. Einen Marktzugang, den die Frauen aus eigener Kraft nicht erreichen können. Warum nicht? Zum einen ist es so, dass der Markt, nämlich der physische Markt, zu gefährlich geworden ist. Das Regime bombardiert ganz bewusst Schulen, Krankenhäuser, Märkte, um die Menschen eben im Alltäglichen zu, das Wort ist ein bisschen schwierig, aber zu stören im Zweifelsfall erstmal, aber auf jeden Fall eben dort auch große Menschen, Massen zu treffen. Das heißt, auf dem Markt einen Stand aufbauen ist nicht mehr möglich. Die zweite Sache, der virtuelle, der globale, der Weltmarkt, den erreichen sie ja aus ihrer eigener Kraft auf keinen Fall. Weil um ein Konto zu eröffnen, brauchen sie eine Schufaerklärung. Um eine Firma beim Handelsregister eintragen zu können, brauchen sie zumindest mal einen Pass. Sie machen eine Aufenthaltsgenehmigung und das Ganze geht so weiter. Und in den Ländern selber und vor allen Dingen in den Ländern, wie ganz besonders in Libanon, da kommen wir später nochmal drauf, haben die Syrer gar keine Rechte. Also sind wir Stellvertreter, indem wir diese Arbeit machen und die Strukturen dafür schaffen, einen Webshop machen, ein Webdesign machen, mit Ehrenamtlichen, dass sie aber alle berufstätig sind. Und genau die Talente, die sie in ihrem Job einbringen, auch einbringen. Und dadurch haben wir Null Personalkosten. Was wiederum dazu führt, mit Null Personalkosten können sie fast 85 Prozent des Verkaufserlöses an die Produzentin geben. Und es ist so, dass wir geil bei nach dem Prinzip arbeiten, dass wir die Produkte sofort kaufen. Das heißt, die Frauen können in die Zelte oder in einen dafür bereitgestellten Raum kommen. Sie nähen, sticken, stricken, klöppeln, häkeln und verkaufen die am Abend sofort. Das heißt, wenn sie kommen, wird ihr Produkt auch gleich abgekauft. Das heißt, wir übernehmen auch etwas, was wiederum auf deren Seite nicht so leicht möglich ist, das wirtschaftliche Risiko. Ob wir das dann verkaufen können, werden wir sehen. Wir werden aber natürlich alles tun, dass wir es verkaufen können, weil darüber, und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den ich häufig diskutiere, wir sind kein Non-Profit-Unternehmen. Warum sind wir das nicht? Weil am Ende des Tages jeder Mensch auch in seinem Wirtschaftsgebaren gerne Erfolg haben möchte. Für den einen ist das materiell, für den anderen ist es ideell. Man möchte ein Ergebnis sehen. Und die Frage ist, Profit ist meines Erachtens nicht schädlich, aber es ist die Frage, was macht man mit ihm? Und da geht es eben darum, dass man diesen Profit reinvestiert. Unser Ziel ist es, innerhalb von drei Jahren diesen Profit in Bildungsprojekte und Ausbildungsprojekte vor Ort in Syrien, im Libanon und in Türkei zu reinvestieren. Und zwar komplett. Dafür müssen wir erstmal welche erwirtschaften. Und die zweite Sache dabei, ganz wichtig, wir müssen sehen, dass wir auf dem Weg dorthin eben praktisch keine Kosten produzieren. Deswegen auch weg von der klassischen Vereins- und NGO-Arbeit, weil wir eben möchten, dass wir keine Verwaltungskosten in dem Sinne haben, weil die brauchen sie, um wieder Spenden zu akquirieren. Und irgendwann kommt dort eine Spirale zustande, dass sie so viel investieren, um Spenden zu akquirieren, dass das auch nicht mehr lukrativ in dem Sinne ist. Das heißt, sie müssen an die vielen schön bedruckten Prospekte von den verschiedenen Hilfsorganisationen denken. Das alles kostet. Also die Idee von GALPA ist prinzipiell, dass wir dadurch, dass wir wirtschaftliche Mechanismen benutzen, so gut wie möglich und so viel wie möglich bei den Produzentinnen anbringen. Nun sitzen die Produzentinnen, wie Frau Kappert schon sagte, nun bald hoffentlich auch in Deutschland. Wir sind dabei, eine Werkstatt hier aufzubauen. Aber sie sitzen in erster Linie in Syrien selbst, im Libanon und in der Türkei. Das führt für unser Unternehmen natürlich auch zu erheblichen Schwierigkeiten. Man braucht, wie ich das schon gesagt habe, allein die Materialbeschaffung ist schon wieder gefährlich. Sie müssen auf einen Markt gehen. Sie müssen zu Leuten gehen, die auch Fragen stellen. Wenn einer unserer Mitarbeiterinnen, und das ist passiert, nachgewiesen wird, dass sie Geld angenommen hat aus dem Westen, auch wenn sie etwas verkauft hat, kann da bis auf zehn Jahre Gefängnis draufstehen. Das heißt, auch für die Produzentinnen, die ja selber verfolgte Vertriebene sind, ist das sehr, sehr schwierig. Sie organisieren sich. Meistens sind sie verfolgt und vertrieben aus anderen Teilen in Syrien, sind in Damaskus, sind in Sueda, in den Bergen. Wir haben auch ein Familienunternehmen, also ein ganz paar Männer haben wir auch, in Hamer. Das ist eine alte Handtuchweberei, wo die meisten Webstühle verbrannt sind, aber mit zweien eben noch sehr wunderschöne, nach alter Technik, Handtücher gewebt werden, die wir verkaufen. Und nun beginnt der schwierigste Weg überhaupt, wenn die Produkte einmal entwickelt sind und fertig sind, wie kriegen wir die nach Deutschland. Der erste Schritt ist, sie von Syrien aus über eine der beiden Grenzen zu bekommen. Wir machen das nur Syrien in den Libanon. Und da ist es nicht so, dass wir unseren Kunden garantieren können, dass sie die Ware in drei bis vier Wochen haben, weil wenn der Grenzer schlechte Laune hat, und das hat er seit Januar eigentlich immer, da ist nämlich die Visa-Regelung für Syrer für den Libanon gefallen, ist es so, dass die immer wieder zurückgeschickt werden. Wir müssen immer kleinere Mengen mit Taxifahrern, das ist ein ausgeklüngeltes Vertrauenssystem, schicken, damit wir nicht so auffallen, damit das auch nicht kommerziell aussieht. Viele Tricks sind notwendig und dabei begeben sich die Menschen natürlich auch immer wieder in Gefahr. Insgesamt sind wir jetzt circa bei 400 Frauen, die wir dadurch unterstützen. Und dort haben wir einen sehr hohen Anteil über 50 Prozent Witwen. Viele, viele Kinder, die kann ich nicht sehen. Das weiß ich auch nicht genau. Wir arbeiten auch so, dass wir möglichst wenig, was die Frauen in Syrien angeht, über soziale Medien die Namen nennen, weil das ist eben für die entsprechend gefährlich. Deswegen ist das nicht ein Widerwille zur Transparenz, und dafür werbe ich auch immer wieder, in diesem Fall müssen wir das tun. Tatsächlich haben wir aber so, dass an jedem unserer Produkte der Vorname der Produzentin klebt. Das macht sie auch stolz, und das schafft auch einen Bezug dazu, dass das eben tatsächlich so gewesen ist, auch wenn man es sich schwer vorstellen kann, dass das den weiten Weg von Syrien über ein Taxi und übrigens der Geldverkehr umgekehrt funktioniert, genauso wieder in die andere Richtung. Ich bin gefragt worden, ob ich regelmäßig mit großen Geldkoffern in den Libanon reise. Nein, das tue ich nicht. Wir haben eine Partnerorganisation, sie heißt Basmeen Saitouni im Libanon. Sie ist registriert, es ist eine syrische. Wir arbeiten immer mit Organisationen, die aus der Zivilgesellschaft heraus gewachsen sind. Und dort ist es so, sie haben ein libanesisches Mitglied, und deswegen dürfen sie sich im Libanon registrieren lassen, und deswegen dürfen sie ein Konto haben. Und das heißt, wir können ganz regelgerecht überweisen. Dennoch, das Geld nach Syrien, das ist ein reiner Barverkehr, das geht nicht anders. Dann habe ich Ihnen vorhin so erzählt, wir setzen unsere Talente ein, der Banker, der Steuerberater, der ITler, der Webdesigner. Unsere Produktdesigner sind witzigerweise beide Architektinnen, die so ein bisschen vom Weg abgekommen sind, die das ehrenamtlich machen. Und natürlich die Frauen selber, und das sehen Sie auch ganz stark auf den Bildern. Eben gerade nicht, da war ich gerade ein bisschen fertig. Und zwar ist über die Monate, und Vorbereitungsarbeiten haben bereits im letzten Jahr angefangen, natürlich sind Beziehungen entstanden. Ich reise so ungefähr drei bis fünf Mal im Jahr runter, und auch andere Mitarbeiterinnen. Und man tauscht sich aus. Am Anfang war das Ganze immer sehr opulent. Wir haben einen Satz geprägt, ich bin immer so eher für das Schlichter. Und ich habe immer gesagt, könnt ihr bitte das Blinkblink weglassen? Also sehr viel Gold, sehr viel Silber, sehr, sehr viel Fäden. Und wir haben das simplifiziert. Und da müssen Sie miteinander sprechen, da müssen Sie auch Kommunikationsarbeit leisten. Weil das war erst nicht so verständlich, warum wir das schlichter haben wollten. Weniger Farbe, weniger Muster, weniger Form. Und ein bisschen, ich sage jetzt mal, westlicher angepasst haben. Weil wir natürlich im Auge haben, wir müssen es hier verkaufen können. Und ich möchte niemandem zu nahe treten. Aber wir haben Probeverkäufe gemacht und dann festgestellt, dass zum Beispiel sehr, sehr eng bestickte Kissen hier überhaupt nicht mehr funktionieren. Und maximal so ab dem Alter 70. Ja, und das versteht natürlich die Produzentin nicht unbedingt, weil sie hat das Stück mit mühevoller Kleinarbeit produziert. Und ist stolz darauf. Und das dürfen Sie ja auch nicht nehmen. Aber der zweite Punkt, den wir dann immer hatten, wir hatten am Anfang nur Unikate. Das ist auch sehr schön, aber ich versuchte dann zu erklären, ich brauche leider genau sechsmal das Gleiche. Weil so machen die das mit den Couches, da stehen die selben. Wir sind immer weiter dann auch zum Beispiel auch durch Berlin inspiriert. Haben wir Turnbeutel und alles. Es sind alte Techniken, alte Sticktechniken mit runtergebracht. Haben uns zusammengesetzt, haben mit Handys Fotos angeschaut. Die Kommunikation läuft weitestgehend über soziale Medien oder dann eben, wenn man runterfährt. Was ganz wichtig ist, ist, dass man viel, viel Zeit, ich sagte das gerade schon, in Kommunikationsarbeit steckt. Es geht nicht, dass man, das hörte sich wahrscheinlich auch für Sie am Anfang sehr businessmäßig an, wie ich das gesagt habe, mit dem Cashflow-Business-Case und allem drum und dran. Das kann ich da natürlich nicht machen. Das ist mein anderes Leben, da habe ich das gelernt. Das kann ich nicht erwarten. Aber was noch viel wichtiger ist, ich will ja auch hören, was Ihre Meinung ist, also was die Frauen gerne machen möchten. Denn mit den syrischen Flüchtlingen im Libanon können wir ja reden und uns austauschen. Und da muss man sich auf eine Ebene begeben. Und das ist auch, was ich immer wieder sage, ein absoluter Gewinn. Weil man Ideen bekommt, weil man Geschichten erzählt bekommt, die man wiederum umsetzen kann, die man zum Beispiel zu Ihnen hier mitbringen kann. Fast jede Familie dort hat Tote in der Familie. Das ist mindestens einen Toten. Und die Leute wollen auch darüber reden. Das heißt, es ist nicht nur, dass wir dann über Stickmuster und Formen reden. Und das ist ein Teil dieser Arbeit. Das bedeutet, dass der Aufwand, der da drin steckt, deutlich größer ist, sage ich jetzt mal, als in einem normalen Unternehmen. Das ist gewollt so. Aber jetzt sage ich nochmal so einen Begriff. Das Investment, das Zeitinvestment ist natürlich größer. Wenn wir das bezahlen würden, das heißt Angestellte und nicht ehrenamtlich machen könnten, könnten wir momentan nicht wirtschaftlich sein. Dafür müssten die Produkte noch in der Qualität und im Preis deutlich steigern, dass wir solche Kosten mit abdenken können. Nichtsdestotrotz, wie war das, das Unmögliche möglich machen. Ich bin davon fest überzeugt, dass es geht. Wir haben uns lange damit beschäftigt. Wir haben uns an Mohamed Yunus etwas angelehnt, auch sicherlich kritikwürdig und auch eine interessante Diskussion mit Krokredite. Wir haben uns deswegen gesagt, wir nennen es Mikrohandel, weil das können Sie in Krisengebieten noch tun. Und die Menschen können ihre eigenen Strukturen, die noch vorhanden sind, Netzwerke nutzen. Wenn sie einen Kredit geben, können sie nicht mehr in irgendeiner Weise unterstützen, beraten oder kontrollieren, was mit dem Geld geschieht. Warum arbeiten wir fast ausschließlich mit Frauen? Das liegt daran, dass unsere Erfahrung ist, die Frauen kriegen das Geld ja bar, nachdem sie das Produkt fertiggestellt haben. Also wenn sie in drei Stunden drei geschafft haben, kriegen sie, sagen wir mal, eins kostet 20 Dollar, 60 Dollar an dem Abend. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass Frauen damit in den Lebensmittelladen gehen und ihre Kinder in die Schule schicken und nicht unbedingt Alkohol oder Waffen kaufen. Und die Stütze dieser ganzen Camps, ob sie nun wilde Camps, ob es Slums sind, dass das Leben dort noch irgendwie funktioniert, ist meiner persönlichen Erfahrung nach, sind die Frauen. Auch, vielleicht diskutieren wir das später, trifft ja sehr viele Klischees und Vorurteile, was muslimische Frauen angeht. Ich kann Ihnen sagen, ohne die Frauen dort würde gar nichts laufen. Sie machen die Kommunikationsarbeit, sie machen die Familienarbeit und sie sind jetzt auch die Erwerbstätigen. Jedenfalls in unserem kleinen Unternehmen. Abschließend vielleicht noch, bevor ich mich da wieder zu Frau Kappert begebe, ein Wort dazu, wieso wir diese Gialpa in der Form eben auch als Unternehmen und nicht als Non-Profit-Unternehmen gegründet haben. Das Ziel auf lange Sicht ist, wir zahlen Steuern in diesem Land. Umsatzsteuer, Ertragssteuer. Und ich bin davon überzeugt, dass man eine nachhaltige Wirtschaft und eben auch eine Unternehmenswirtschaft aufbauen kann und gleichzeitig totaler Teilnehmer des Systems sein. Wir können uns diese Steuern leisten und trotzdem 85 Prozent bei den Produzentinnen abgeben und gleichzeitig tragen wir auch unseren Anteil an dieses System. Wenn solche Systeme funktionieren, dann können wir, und das abschließend, bevor ich mich in Syrien, ich bin zur Hälfte Syrerin, engagiert habe, habe ich mich für Haiti engagiert. Das liegt daran, dass ich zwei Kinder adoptiert habe aus Haiti. Und Haiti ist ein Land, das seit 40 Jahren und noch länger auf Nothilfebasis lebt. Und die kommen da nicht raus, weil der Sack Reis, der vom Welternährungsprogramm sozusagen dorthin gestellt hat, umsonst ist, also null Wert hat in dem Sinne. Und zum Zweiten die Qualität so viel höher ist, als das, was die einheimischen Produzenten produzieren können. Daraus wird sich dieses Land nie erholen können, solange das weitergemacht wird. Und deswegen glaube ich, dass man Wirtschaftskreisläufe schaffen muss, die auch funktionieren, die auf lange Sicht solche auch globalen Zusammenspiele, auch wenn wir ja sehr im Kleinen unterwegs sind, möglich machen. Ganz herzlichen Dank. Ja, Dana, Indris, ganz herzlichen Dank für die erste Einführung in den von dir oder den von euch geschaffenen kleinen geschützten Wirtschaftskreislauf. Vielleicht fangen wir einfach nochmal an ein paar Informationsfragen. Wie sind denn die Absatzzahlen in Deutschland? Also von welcher Größenordnung reden wir? Also im Moment sind die noch relativ bescheiden. Es sind so zwischen, es ist auch sehr unterschiedlich natürlich, Sommerloch und sowas. Ich lerne jetzt Konsumwirtschaft, ich wusste das vorher auch nicht. Aber im Schnitt sind wir so ungefähr bei 1000 Produkten im Monat. Sie haben es gesagt, Sie verstehen Ihre Arbeit auch als Friedensarbeit, als Arbeit, Zivilgesellschaft aufzubauen. Was sind denn so die Probleme des Empower? So wie ich das jetzt gerade von Ihnen verstanden habe, läuft das ja eigentlich alles ziemlich rund. Da würde ich mir mal von außen denken, wie kann das sein innerhalb eines Kriegsgebietes? Vielleicht können Sie da noch ein bisschen was erzählen, was so die spezifischen Herausforderungen und Hürden auch sind. Also erstmal muss man dazu sagen, ich reise eben nur in Türkei und Libanon. Ich wollte auch nach Syrien, aber inzwischen schätze ich das auch deutlich zu gefährlich ein. Kann das auch nicht. Deswegen ist das, was mir übermittelt wird, gebe ich jetzt weiter. Es ist so, dass die Situationen in Syrien doch recht unterschiedlich sind, was die Versorgungslage der Menschen angeht. In großen Städten wie Aleppo oder auch Homs, katastrophale Zustände. In großen Teilen Damaskus geht es noch, wenn wir uns nicht in den Vororten befinden. Auch in Bergregionen oder südlicheren Regionen geht es auch noch. Das heißt, selbstverständlich kommt es auch immer darauf an, wo die Gruppe der Frauen ist. Die meisten haben sich übrigens wirklich aus Eigeninitiative, wir haben die Gruppe gefunden, nicht eine einzelne Frau. Die das bereits sich überlegt hatte, wie sie irgendwie was produzieren kann, das sie verkaufen kann. Das größte Problem, ich sprach das vorhin schon an, sind Verhaftungen. Verhaftungen, uns haben drei Verhaftungen in den letzten sechs Wochen getroffen. Das sind unsere ersten und die schmerzen sehr. Das ganz, ganz Frauen sind vor allen Dingen eine ganz, ganz wichtige Koordinatorin, die verhaftet worden ist, wegen terroristischen Aktivitäten. Das ist etwas, wo natürlich auch dann die persönliche Verantwortung und auch das Gefühl, habe ich diese Frau sozusagen auch mit dieser Idee da schon fast reingeschickt, ganz, ganz schwierig werden. Kann man denn was für Sie tun oder gibt es Möglichkeiten, Sie zu unterstützen? Begrenzt. Auch da verlasse ich mich hundertprozentig auf die syrischen Ratgeber. Wenn sie in der Situation sind, dass wirklich Anklage erhoben wird, kann man natürlich versuchen, durch Medienarbeit, durch Öffentlichkeitsarbeit, durch auch den Namen nennen, ihre Position zu stärken. Das kann aber leider auch sehr kontraproduktiv funktionieren. Insbesondere so in den ersten vier bis sechs Wochen hat man mir immer gesagt, die Füße stillhalten, Ruhe geben, vielleicht kann man sie noch in irgendeiner Weise rauskriegen. Aber das hat sich eben nicht in unseren Fällen leider bewahrheitet. Das heißt, diese drei Fälle sind auch ein Beispiel dafür, dass das Regime nicht nachlässt, die Gefängnisse zu füllen, trotz des Krieges, sondern dass es weitergeht und sich jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch zunehmend gegen relativ oder vergleichsweise geschütztere Minderheiten richtet. Ja, ganz genau. Und was auch offen ins Auge fällt, ist, dass wir jetzt bei Personen sind, die wirklich rein weg humanitär und noch nie politisch unterwegs waren oder sehr, sehr wenig, möglich, dass man sozusagen die letzte Ebene, wenn man da schon mit terroristischen Anklagen kommt, dann merkt man, dass man nochmal massiv an die Moral der Leute will. Sie haben es angesprochen, wir wechseln, oder ich würde vorschlagen, wir wechseln jetzt mal in den Libanon, also die Frauen, die jetzt schon ihr Land verlassen mussten, weil es keine Existenzmöglichkeit mehr für sie innerhalb Syriens gab. Anfang des Jahres wurde den Syrern, Syrerinnen, denen jede Möglichkeit entzogen, also vom libanesischen Staat legal dort zu sein. Das heißt, sie sind dort alle illegal. Sie haben mal zu mir gesagt im Vorgespräch, deswegen sind Syrer und Syrerinnen eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt zu verschwinden, weil sie einfach legal nirgends mehr auftauchen können. Wie wirkt sich das auf die Arbeit aus? Also wie geht ihr damit um? Also eine Sache, die sich ganz akut darauf auslöst, ist, dass alle dort weg wollen. Das ist einfach so. Und deswegen muss ich auch immer, reagiere ich mit Unverständnis auf die Fragen, die ich zum Teil bekomme, auf Diskussionen, warum denn jetzt gerade die Flüchtlingswelle so hochgegangen ist. De facto ist das nicht so. Das ist ein kontinuierlicher Prozess gewesen und der ist ganz stark beeinflusst. Und das wirkt natürlich auch in unserer Arbeit. Frauen sind plötzlich verstunden, sie kommen am nächsten Tag nicht wieder, begeben sich auf die illegale Route. Und im Januar, wie Frau Kappert schon sagte, zum einen ist die Visumspflicht für Syrer eingeführt worden. Sie können nur noch drei Tage mit entsprechendem Bankkonto, mit einer Hotelbuchung, mit einem Termin und einer Flugbuchung überhaupt ins Land. Die Syrer, die schon bereits dort waren, haben alle Rechte verloren. Sie sind per se alle illegal. Vorher war es sowieso auch so, dass Syrer nur im Baugewerbe, in der Müllabfuhr und in der Landwirtschaft arbeiten durfte. Für alles andere gab es keine Arbeitserlaubnis. Und wenn sie dann trotzdem gearbeitet haben, eben mussten sie immer in der Illegalität versuchen, nicht erkannt zu werden. Und dazu kam dann noch im Frühjahr diesen Jahres, dass die UN ihre Lebensmittelration drastisch gekürzt hat und runter ist von 40 US-Dollar pro Monat. Und der Libanon ist ein teures Land auf 13 US-Dollar pro Person. Damit kann man nicht überleben. Und da muss man sich nicht mehr die Frage stellen, warum auch Menschen aus dem Libanon, also Syrer, die sich zum zweiten Mal auf der Vertriebensein-Route jetzt befinden, in Richtung Europa, warum sie dieses Land verlassen wollen. Und das ist auch natürlich mit den Frauen, mit denen wir arbeiten, der Fall. Auch sie haben natürlich noch ein kleines Auskommen durch uns, aber da ist ja ein Riesenapparat meistens dran an Familie. Die Männer haben meistens keine Arbeit. Und auch sie suchen händeringend nach Möglichkeiten, dieses Land verlassen zu können. Gibt es denn für euch irgendeine Möglichkeit, sie auf der Flucht zu unterstützen? Oder ist das einfach der Bereich, wo sie sich dann einfach rausziehen müssen, weil das dann eben nicht mehr zu eurem Unternehmensbereich gehört? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Ich würde da trennen. Also das Unternehmen unterstützt da nicht. Das kann ich ganz kategorisch sagen. Privat ist es immer auch, dass man Beziehungen aufbaut, wenn man dort so oft ist, wenn man miteinander arbeitet. Das ist völlig normal. Und von daher berät man natürlich ununterbrochen, welche Flüchtlingsprogramme es gibt, welche Visa-Anträge es gibt. Man versucht beim Ausfüllen zu helfen etc. Aber das ist Eigeninitiative. Das ist nicht Aufgabe des Unternehmens. Sie haben es angesprochen, so bestimmte Fragen, also wie hier die Diskussionen geführt werden. So viele, schaffen wir das? Warum müssen die jetzt auch noch kommen, wo sie doch schon das Kriegsgebiet verlassen haben? Wie ist in Ihrer Einschätzung so in der Dynamik der Diskussion? Also Gyalpa wurde vor einem Jahr, einem guten Jahr gegründet. Und das humanitäre Engagement in Deutschland ist aufgeflammt vor etwa vier, sechs, acht Wochen, würde ich sagen. Da begann das mit den Bahnhöfen. Wie auch gerade jetzt in Ihren Kreisen, also ich sage jetzt mal in Wirtschafts-Ihren-Kreisen, aber einfach jetzt sozusagen von der Wirtschaft aus gedacht, wie hat sich da die Diskussion verändert, auch in Bezug auf Partizipation, was die deutschen Arbeitsmärkte angeht. Oder vielleicht gibt es auch Ansätze, oder sehen Sie das, dass es Unternehmen gibt, die sagen, gut, wir gehen jetzt mal in den Libanon oder wir gehen nach Jordanien oder wir versuchen Kooperationen mit der Türkei. Also das sind ja die Länder, in denen die Syrer und Syrerinnen massenhaft Zuflucht finden oder suchen mussten. Gibt es da Ansätze, gibt es da eine Dynamik? Wie ist Ihre Einschätzung? Ja, ich fange nochmal mit dem ersten Teil ein bisschen an. Ich bin immer sehr überrascht. Also natürlich freue ich mich über das soziale Engagement in diesem Land, aber ich bin überrascht, welche Fragen diskutiert werden in einer sehr breiten Öffentlichkeit seit sechs bis acht Wochen circa, die vorher überhaupt nicht diskutiert werden, aber die Probleme haargenau identisch waren. Wenn vielleicht später zu den Problemen wirklich Arbeit zu geben, hier in diesem Land kommen, dann sind diese Gesetze und Prozesse uralt und sie behindern seit jeher in irgendeiner Weise, ob nun Asylbewerber, anerkannte Asylbewerber oder auch aus anderen nicht-europäischen Ländern für Firmen einzustellen. Dazu würde ich gerne gleich etwas sagen, weil das auch nochmal mit der Verschärfung des Asylrechts zu tun hat und meines Erachtens völlig in die falsche Richtung führt. In der Wirtschaft gibt es meines Erachtens sehr, sehr wenige Einsätze, wie wir das machen, vor Ort zu gehen. Das hängt mit natürlich einer enormen Schwierigkeit, was den Geldtransfer angeht. Das können und wollen große Unternehmen nicht machen. Das ist mit der Sicherheit von Produktionsanlagen, und die sind natürlich ein sehr beliebtes Ziel. Das macht man bei der Kreditbewertung, bei dem Auswahl des Unternehmens oder der Kooperation. Da sehe ich praktisch keine Bewegung. Es geht nur Raus nicht rein. Türkei ist ein leicht anderes Thema, aber das hat gar nichts mit syrischen Gehörvertriebenen zu tun. Umgekehrt sehe ich interessante Bewegung. Ich war vorletzte Woche beim Jobcenter Frankfurt, weil wir in unserer Bank zehn Arbeitsplätze schaffen wollen für Vertriebene und wollte mit dem Jobcenter kooperieren. Die sind auch sehr, sehr nett gewesen. Und ich musste erfahren, dass vor mir schon Siemens und Samsung da waren mit genau demselben Begehren. Und ich glaube, vor 15 Jahren wäre das nicht passiert. Also, dass die Wirtschaft direkt auf die staatlichen Institutionen zugeht und sagt, hilf mir mal, ich möchte gerne Vertriebene Geflüchtete einstellen. Das Ergebnis war aber echt bedauerlich, weil ich musste erfahren, dass Jobcenter ausschließlich lokal in Deutschland arbeiten. Das wusste ich auch nicht. Das heißt, ihre Datenbank beinhaltet ausschließlich anerkannte Asylbewerbe im Raum Frankfurt. Und Siemens brauchte Leute mit technischem Hintergrund. Wir wissen, dass viele Geflüchtete sehr, sehr hoch ausgebildet sind. Aber die sind nicht unbedingt alle in Frankfurt. Es gibt also keine bundesweite Abfragemöglichkeiten und es gibt keine Möglichkeit, auch aus datenschutzrechtlichen Gründen, uns CVs zu geben, die dort hinterlegt sind. Das ist natürlich eine grande Katastrophe, weil so wird es überhaupt nicht funktionieren, denn am Ende des Tages ist Siemens mit 13 Profilen da nur rausgelaufen. 13, mehr gab es nicht. Und ich, die mich für Syrer interessierte, musste erfahren, dass ganze 286 Syrer im Jobcenter Frankfurt, wo jede Woche 140 zugeteilt werden, mit CV und vorliegen. Das ist viel, viel zu langsam. Und selbst wenn ich da jemanden finden würde, muss ich ja als nächstes durch diese Vorrangprüfung. Ich brauche die Ausländerbehörde, ich brauche die Agentur für Arbeit und das dauert monatelang und das ist nicht wettbewerbsfähig. Vielleicht müssen wir das kurz erklären, die Vorrangprüfung. Ja, also die gesetzliche Bestimmung hier ist, Sie können, also erstmal ist es so, Asylbewerber können einen Antrag auf Arbeitserlaubnis drei Monate nach Stellen des Asylantrages stellen. Die werden zu 99,9 Prozent abgelehnt. Warum ist das so? Das liegt daran, dass die Ausländerbehörde, der muss also einen Vertrag mitbringen von einem Unternehmen, das Unternehmen muss, hat ja das Interesse, dass dieser Arbeitnehmer möglichst schnell kommen kann. Und dann geht das zur Agentur für Arbeit und die machen diese Vorrangprüfung und das bedeutet, gibt es für diesen Job eine geeignete Person in Deutschland oder ganz Europa? Und diese Antwort ist meistens ja. Weil ich weiß nicht, welcher Job so einzigartig ist, dass sie da dann keinen finden würden. Die gucken natürlich nicht im Einzelnen jetzt, ob sie jemanden direkt finden, aber die Akte liegt da trotzdem im Schnitt zwischen sechs und acht Monaten. Da hat das Unternehmen zwei andere eingestellt inzwischen. Das kann nicht warten. Und deswegen brauchen wir dringend, weil wir ja gerade Vertriebene und Geflüchtete einstellen wollen, dass diese Mechanismen verschwinden, weil nicht mal verändert werden, sondern einfach nur verschwinden, weil es in keinster Weise hilfreich ist. Und die Personalabteilungen der Firmen, also ich habe gerade mit unserem Personalgeschäft gesprochen, der völlig entnervt war von der Formularflut, die er da, er macht es trotzdem. Und das ist die Veränderung, die sie ansprachen. Also vor fünf Jahren hätte ich damit nicht kommen müssen, auch nicht vor dreien. Aber jetzt kämpft man sich da durch und der Druck der Wirtschaft wird höher. Das sieht man auch an einigen berühmten Beispielen. Wenn Zetsche zur Öffnung der IAA sagt, dass er Geflüchtete einstellen möchte, ruft genau nach demselben. Aber es ist noch viel wichtiger. Wir hatten Vertreter aus allen großen Wirtschaftszweigen, die sich da zu Wort gemeldet haben. Auch der Milliardärwirt, ich weiß nicht, ob der bekannt ist, Schraubenwirt, hat sich sehr stark dafür eingesetzt. Und das schafft natürlich allmählich Lobby, die vorher nicht da war. Also da hätte ich viele Klinken putzen müssen. Zum Jobcenter gegangen bin, habe ich zwei andere Vorstände von deutschen Banken in Frankfurt mitgenommen und die waren sofort bereit dazu. Wäre auch undenkbar gewesen noch vor fünf Jahren. Sie haben gesagt, so wie die Jobcenter arbeiten, kann man mit ihnen momentan nicht kooperieren. Was ist dann die Alternative? Also die Jobcenter sind nicht in der Lage, euch mit angemessenen, brauchbaren, umsetzbaren Informationen zu versorgen. Was ist es dann? Also wie muss man dann, es gibt ja schon verschiedene Internetplattformen, wo sozusagen über Privatinitiative Leute ihre Zivis reinstellen. Ist das dann die einzige Alternative? Oder wie ist Ihre Einschätzung? Ja, also das ist jetzt die einzige Alternative, weil, und die andere Alternative ist, wir müssen jetzt hingehen und den Vertriebenen helfen in unserem System. Dafür brauchen wir dringend, viele sind in der Nothilfe unterwegs, muss man erklären, was sind, wenn wir in den Portalen veröffentlichen, in den einschlägigen Portalen und sagen, wir haben zehn Stellen, wir möchten den und den ein bisschen Englisch, weil wir würden zum Beispiel auch ohne Deutsch einstellen, das ist übrigens auch eine Hürde, über die wir noch rüber müssen, aber die schaffen wir auch noch. Das, dann muss natürlich der, jetzt leider Gottes ist es so, dass wir die transferieren, jetzt muss der Geflüchtete das finden. Und dafür brauchen wir Vermittler, entweder durch Internetplattformen oder durch zivilgesellschaftliche Gruppen, die sich wirklich hinsetzen mit den Leuten. Ich habe das auch letzte Woche mit einem Wissenschaftler besprochen, die sich hinsetzen, die Patenschaft ist jetzt nicht, zur Ausländerbehörde zu gehen, sondern zu erklären, okay, das sind die verschiedenen Plattformen, das ist Monster, das ist so und so, dort kannst du das auf Englisch finden, zu helfen, die Formulare auszufüllen, dass die direkt auf uns zu gehen kommen, weil das bringt wirklich gar nichts über Arbeitsagentur und Jobcenter, das dauert viel zu lang. Was heißt das denn jetzt für Frauen? Wir haben ja die, also das Großziel ist ja, Frauen in Erwerbsarbeit zu bringen, da gibt es ja schon verschiedene Erfahrungen, dass Frauen sich auch schwerer tun, überhaupt in den Selbstinitiativ zu werden, sich darzustellen, das ist jetzt die subjektive Seite, die objektive Seite ist, dass wir das generell mit anderen Abschlüssen, mit unterbrochenen Bildungskarrieren zu tun haben, wie, was wären jetzt Ihre Empfehlungen, wie kann konkret das Frauen einen Schritt gehen, damit sie sich präsentieren können, damit sie auch das Selbstbewusstsein bekommen, zu sagen, ja, ich will hier Erwerbsarbeiten und so schnell. Also erstmal im ersten Schritt würde ich es ganz genau so machen, wie bei den Männern auch, also ich habe von der Gruppe von beiden gesprochen, da muss Coaching her, wir müssen ihnen helfen, unser System zu verstehen. Ich habe das jetzt bei verschiedenen Hochausgebildeten persönlich Erfahrungen gemacht, ich habe zwei Wohnungen, wo ich dann eben auch Geflüchtete aufgenommen habe, aber nicht im klassischen Sinn, sind mit Visa hierher gekommen und da habe ich festgestellt, dass allein eben auch die Angst, und sowohl bei Männlein als auch bei Weiblein, die Angst vor der Zurückweisung der Bewerbung groß ist, weil man das in dem System, also ich habe nach dem Studium 50 Bewerbungen geschrieben und 48 Absagen bekommen, man gewöhnt sich dran hier in unserer Leistungsgesellschaft, ist nicht schön, aber geht, ja, aber da gibt es das halt gar nicht. Und da muss man den Menschen bei begleiten, dass das nicht sofort heißt, ich will dich nicht, das ist normal, leider Gottes. Und was Frauen jetzt angeht, da übertrage ich auch das, ich versuche es immer, Frauen auch in meiner unternehmerischen Tätigkeit und in der Bank zu fördern, ist es halt so, dass man nochmal mehr den Schubs geben muss und dass man hinter ihnen steht. Das kann man als Frau, als auch Mann tun. Es passiert hier nichts weiter, da ist größere Unsicherheit da und das A und O, es bleibt es, Kinderbetreuung. Wenn wir die Kinderbetreuung haben, haben wir eigentlich keine Hürden mehr, dass Frauen auch erwerbstätig sein können und dann werden ihnen auch nicht mehr viel Steine in den Weg gelegt. Aber die müssen wir schaffen und da wissen wir ja nun alle in Deutschland, dass das auch ein Thema ist, das hier auch noch nicht so ideal gelöst ist, insbesondere was Krippenplätze angeht. Und auch da im Moment muss ich wieder an die Zivilgesellschaft gehen, denn ich sehe nicht, dass die staatlichen Strukturen dort sind. Da können wir als Unternehmen auch was machen. Das haben wir uns zum Beispiel auch schon überlegt. Haken an der Geschichte ist natürlich wieder, dann kommen die ganzen gesetzlichen Auflagen. Das heißt, eine Kindertagesstätte, bis sie die aufgebaut haben, vergeht auch wieder ein halbes Jahr, auch wenn sie das Geld in die Hand nehmen, wirklich wollen. Also ich kann nicht aufhören zu rufen an die Politik und den Staat, wir machen das, wir schaffen das, aber ihr dürft uns nicht so bremsen, wie ihr das tut. Dann übernehmen wir es schon. Also das ist echt mein Credo. Ich fand das interessant, ich weiß nicht, ob Sie die Studie kennen, Bertelsmann Stiftung hat im Mai 2015, also in diesem Mai, eine der ersten Studien rausgebracht, Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. Ich habe mir die durchgelesen, ich fand das eine sehr gute Studie, die auch wo ganz klar gesagt wird, dass eben die extrem langen, komplizierten, fehlerhaften Asylverfahren dazu führen, dass eben Vertriebene nicht in Arbeit gebracht werden können, also sehr, sehr stark den Finger darauf legt, wo die Probleme, die die Menschen haben, hier durch unsere Bürokratie, unsere ineffiziente Bürokratie, allererst hervorgebracht werden. Und dann lasse ich das so weiter und lasse das so weiter und dachte so, so und jetzt Frauen. Das ist natürlich auch immer als Leiterin von GWI mein Job, immer so nach Frauen zu gucken, aber ich war dann auch irgendwann so generell, dachte ich so, wieso haben auf einmal Flüchtlinge oder Vertriebene gar kein Geschlecht mehr. Das ist man eigentlich aus hiesigen Diskussionen und auch Papieren nicht gewöhnt, also egal von welchem Ort oder von welchem Ort aus die Papiere geschrieben werden. Und dann habe ich bei der Bertelsmann Stiftung beziehungsweise bei der Studienleiterin einfach angerufen, habe gefragt, habe ich was übersehen oder und dann sagte sie, es war eine sehr, sehr nette Frau, dann sagte sie, nee, sie haben nichts übersehen, wir haben es vergessen. Ich sage das jetzt nicht, um jetzt diese Person zu diffamieren, die Bertelsmann Stiftung hat auch zugesagt, dass sie in ihrer Follow-up-Studie den Geschlechteraspekt aufnehmen würde. Ich habe dann ein paar Fragen diktiert, das ging dann auch, wir schauen mal, was jetzt Ende des Jahres dabei rauskommt. Aber ich fand es systematisch für den blinden Flecken, also das eben über den Begriff der Vertriebene der Flüchtlinge, Sie merken es ja, wir verwenden vornehmend den Begriff Vertriebene um den Gewaltaspekt nochmal in den Mittelpunkt zu rücken. Die Leute haben nicht freiwillig ihr Land verlassen, sie hatten keinerlei Existenzmöglichkeiten mehr, deswegen selbst der Weg über das Mittelmeer oder eben den Landweg als einzige Alternative nicht erscheint, sondern die einzige Alternative ist tatsächlich plus der Mehrwert, das ist ja von konservativer Seite aus ein durchaus historisch positiv besetzten den Begriff der Vertriebenen gibt und da Irritationen zu schaffen, finde ich auch immer eine gute Idee. So, aber dass es eben in den, also dass dieser Begriff die Arbeitsbiografien einsaugt, das Geschlecht einsaugt, also sozusagen, wer vertrieben ist, ist sonst nichts mehr und hat noch nicht mal mehr ein Geschlecht. Das ist sicherlich etwas, was wir in den Blick nehmen müssen und was ja dann auch Ihr Projekt ist, wenn Sie sagen, ja, ich möchte insbesondere andere Frauen unterstützen, da gibt es einen Geschlechteraspekt, ohne jetzt Männer per se auszugrenzen, aber der Fokus liegt dort und wir wollen, wir setzen wieder bei den Arbeitsbiografien an, also auch da kriegen die Leute wieder eine, kriegen wieder eine Biografie, kriegen wieder ihre Aus, also man, kriegen wieder ihre Ausbildung zurück und gibt es denn, gibt es denn jetzt von, oder sind Sie im Gespräch mit, jetzt mit vertriebenen Organisationen, Hilfsorganisationen, wo Sie sich darüber austauschen, wie man, also welche Best Practice denn funktioniert, was nicht funktioniert, was kurzfristig funktioniert, was vielleicht dann, wo man jetzt schon anfangen muss, dass man in zehn Jahren woanders ist, gibt es da einen Austausch? Tatsächlich, also es gibt Austausch, aber es gibt keinen Austausch zwischen, sag ich mal, Beginners und erfahrenen Integrateuren, weil die erfahrenen Integrateure, wenn das Wort jetzt wirklich gerade erfunden ist, die gibt es ja gar nicht. Die Ansätze einer Integration und Migrationspolitik in diesem Land waren ja völlig andere, als die, die wir glauben und die wir aufbauen wollen und von daher gibt es diesen Austausch nicht. Natürlich reden wir viel mit Organisationen, um unser Wissen aufzubauen, wie Pro Asyl, vor allen Dingen Amnesty International und so weiter, um uns zu helfen auf dem Weg, wie können wir uns denn diese Arbeitsberechtigung für unsere Frauen erstreiten, weil das wird darauf hinauslaufen, wenn das noch lange dauert. Weil am Ende des Tages, was ich vorhin nicht zu Ende geführt hatte, tatsächlich die richtige Arbeitsberechtigung ja erst nach Anerkennung des Asylverfahrens kommt plus Wartezeit, bis dieser kleine nette Ausweis, im Moment dauert das auch zwischen sechs und acht Monaten, denn zu Hause eintrudelt. Also im Schnitt sind wir bei anderthalb Jahren, auch wenn es gut läuft. Und da werden wir eingreifen müssen und deswegen eben die Frage, ja, wir tauschen uns aus. Wir haben zum Beispiel in Frankfurt gibt es jetzt das Bündnis Frankfurt hilft. Das sind verschiedene Stiftungen, Unternehmen etc., die da rangehen, auch mit der Universität gemeinsam, um uns dann jetzt selbst zu erarbeiten, wie wir das möglich machen können. Ich habe bisher und ich bin für Hinweise jederzeit offen, weil irgendwie ist Research neuerdings mein Hauptthema geworden, vergeblich denjenigen gesucht, der mir mit Erfahrung dort weiterhelfen kann. Und das ist ja, was ich meine. Wir reden jetzt unglaublich viel über das Thema, aber das Thema ist überhaupt nicht neu. Diese Vorrangprüfung, Dublin und allem drum und dran, da kämpfen wir seit einem Jahrzehnt fast mit. Im Übrigen gab es das mal nicht. Also es ist so, früher in den Zeiten der sogenannten Gastarbeiter gab es diese Beschränkungen und Auflagen für Arbeitnehmer nicht, die aus dem Ausland kamen. Ja, genau. Und das ist ja, und jetzt überlegen wir uns mal, jetzt schreien also alle, die Geflüchteten werden unsere, den Babyknick sozusagen ausfüllen, super, Wirtschaft voran. Aber tatsächlich benutzen wir Mechanismen in der Arbeitsintegration, wo wir fortschrittlichere vor 30, 40 Jahren hatten. Das hat sich echt umgekehrt und das kann nicht sein und ich hoffe viel, dass aus der Lobby, die jetzt allmählich aus der Wirtschaft kommt, da Bewegung reinkommt. Sozusagen Pionierin wie der Willen. Ja, also sagen wir mal, sowas Formblätter angeht, definitiv und so weiter und Amtsschimmel, aber das Ergebnis, das will ich ja unbedingt. Ja, ich denke, ganz herzlich Dank, Lana Idris erst mal, ein anderes Modell vorzustellen. Vielleicht noch eine Sache, bevor Sie sich darauf vorbereiten, dass wir gleich uns über Ihre Fragen freuen. Werkstatt in Berlin ist im Aufbau begriffen. Vielleicht können Sie dazu noch kurz was sagen. Was ist da die Idee, was ist das Modell, was versuchen Sie dort hinzubekommen, auch mit welchen politischen Zielen? Ja, also das Modell ist prinzipiell, dieses Mal machen wir einen Import aus dem Libanon und aus Syrien nach Deutschland. Wir haben uns irgendwann die Frage gestellt, das funktioniert ja prinzipiell so, wir stellen einen Raum zur Verfügung, wir stellen Ausbildung zur Verfügung, wir stellen Materialien zur Verfügung, dort können die Frauen hinkommen, es ist auch ein geschützter Raum, auch vor häuslicher Gewalt, das möchte ich auch mal, das Thema haben wir so noch gar nicht angerissen, hinkommen können und dadurch und dort dann eben arbeiten können. Und das Prinzip wollen wir jetzt hier nach Berlin verlagern, haben aber natürlich das Problem, dass die meisten nicht arbeiten dürfen. Und dementsprechend haben wir uns eine Umgehungslösung gebaut. Ich gehe davon und fange an mit einem ersten Kurs. Auch hier machen wir ein Kunsthandwerk, es wird sich um Mosaikenherstellung handeln. Es werden dabei Produkte wie Tabletts und Untersetzer entstehen, die auch sehr farbenfroh sind, wo ein bisschen Modernität und Orient sich wieder kreuzt. So einen Kurs macht der gemeinnützige Verein, das ist ein Bildungsauftrag, entsprechend von Satzung, überhaupt gar kein Problem, der ist unentgeltlich, wir übernehmen dann noch die Fahrtkosten und danach können sie in einer offenen Werkstatt selber produzieren, wenn sie das Handwerk, diese Technik für die gelernt haben. Und die Message an die Politik ist hier natürlich, das ist jetzt mit Kreativität, und Eigeninitiative entstanden. Es wäre sehr schön, wenn jeder Einzelne, der bei uns einen Kurs in verschiedenen Techniken auch Schneiderei gemacht hat, danach ein Gewerbe anmelden darf, weil dann wäre das Problem gelöst. Und dann verkauft er, dann machen wir eine Rechnung, dann lernt er auch gleich Rechnungen schreiben, etc., pp., also self-employed. und auf den Weg werden wir uns dann als nächstes begeben. Wie das Resultat sein wird, weiß ich noch nicht, aber ich glaube, wir haben sehr, sehr gute Argumente. Haben Sie Fragen? Hier vorne. Das Mikrofon kommt sicherlich gleich. Ich bin vollkommen begeistert. Vielleicht können Sie sich kurz vorstellen, das habe ich noch vergessen zu sagen. Es wäre schön, wenn Sie sich einfach kurz vorstellen. Lieber Christoph, ich bin Mitgründerin der Grünen und der Böll Stiftung und die alte Generation der Frauenbewegung und bin zurzeit ehrenamtliche Deutschlehrerin und bin wahrscheinlich deswegen auch so begeistert von Ihrem Projekt und weiß gar nicht, ich denke, das müssen andere machen, aber es müssten welche machen, sich jetzt hier für die Frauen da im Gefängnis einsetzen und was sie im Libanon und in Syrien direkt machen können. Ich möchte jetzt gerne nach einem Punkt des Zusammenhandelns suchen und zwar, wir haben zum Beispiel einen Deutschkurs für Frauen extra. Wir haben den auch schon durch Hilfe Nähmaschinen, haben die schon, und ich habe gerade gedacht, einmal könnte es irre spannend sein, ob Sie eventuell Ihr Projekt vorstellen können bei solchen Frauengruppen in den Flüchtlingsheimen. Das finde ich schon ganz toll und ob man dann, und dann könnte man ja auch mal für Männer und Frauen gemischt das Projekt zeigen, dass sie die Produkte zeigen. Ja, also da würde ich mir eine Kooperation wünschen. Das andere aber, weshalb ich überall, wo jetzt über Flüchtlinge diskutiert werde, ein bisschen skeptisch da sitze, da ich den Blickwinkel der, in Anführungsstrichen, Deutschlehrerin habe, es sind irrsinnig unterschiedliche Bildungsniveaus da, mit Leuten, die Analphabeten sind, mit Leuten, die nur Arabisch schreiben können. Die Schulniveaus sind irre verschieden. Und meine These ist sogar, dass Frau Merkel und die Wirtschaft plus die, die Frau Merkel begeistert unterstützen, sich alle verschätzt haben, so nach dem Motto, oh wie toll, jetzt kriegen wir Fachkräfte, jetzt wird unsere Wirtschaft angekurbelt, jetzt werden, jetzt haben wir endlich viel Kinder demnächst und so, finde ich, alles übertrieben. Ich finde, die Realität ist viel gemischter und auch viel schwieriger, was nicht heißt, dass man dagegen ist, dass sie kommen, aber ich finde, man muss sich das Realistische angucken. Und ich finde ihr Projekt einen ganz tollen Ansatz, wo man eventuell dann auch das mit Deutsch lernen verbinden könnte, weil die ja über das Plastische, Konkrete, das Sinnliche auch viel leichter lernen können. Ja, also herzlichen Dank. Möchte ich sehr, sehr gerne machen, weil zum Beispiel Deutschkurse mit Frauen auch ein unheimlich guter Ort sind, um mal angezufangen, darüber zu reden. Und wie Sie, glaube ich, schon richtig erkannt haben, wir fangen ja mit einfachen Tätigkeiten an. Also wir bieten auch etwas an, wo eben nicht der Hochschulabsolvent mit dem 1,0-Durchschnitt gefragt ist. Wenn ich über meine Bank geredet habe, das gebe ich Ihnen auch offen zu. Das habe ich auch im Vorgespräch vor Kappert gesagt, am Ende des Tages aus unternehmischer Sicht, meine Bank will die Besten. Das ist so. Und da haben Sie völlig recht. Nur, ich kann jetzt wieder für die Syrer sprechen, es ist heterogen, das ist richtig, aber es stimmt schon, dass wir dort mit einer Hochschulrate momentan von allen Vertriebenen, die hier angekommen sind, von 20 Prozent, das ist hoch, das ist höher als in Deutschland, 20 Prozent und es wirkt bei knapp über 50 Prozent, das sind aber, wie gesagt, nur da kenne ich die Zahlen und die Statistiken bei 50 Prozent mit Abitur sind. Wir haben aber, wir haben wichtige Aufgaben, zum Beispiel im Banksystem, jemand, der in Syrien im Banksystem gearbeitet hat, den, wir bauen jetzt nämlich aus einer Art Roadshow, also die gehen dann von einer Abteilung zur anderen auf und darüber muss man sich Gedanken machen, man kann nicht einfach blind einstellen, das funktioniert nicht, damit habe ich auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, also es ist nicht alles Gold, was glänzt und man muss Vermittlungsarbeit machen, Kommunikationsarbeit auch hier wieder, aber es ist ja durchaus so, dass nicht nur die, ich hasse das, deswegen auch den Begriff Fachkräfte gesucht werden, also wir haben Arbeitsmöglichkeiten auf allen Ebenen, es ist nicht eben nur der, ich bin da nicht so gut drin, also die hochtechnisierten Berufe in Deutschland sind ja immer sehr nachgefragt und die Wirtschaft klagt, dass sie keine Leute dafür haben, aber Zetscher hat zum Beispiel gesagt, ich will ausbilden, damit ich solche Leute in fünf Jahren habe, auch dafür, auch für den Ausbildungsplatz braucht man eine Genehmigung. Vielleicht gleich, aber vielleicht auch in Ergänzung, weil Sie das Thema Qualifikation angesprochen haben, also eine der bürokratischen Hürden, wenn man auf die andere Seite guckt, ist ja, dass niemand in den Erstaufnahmestellen auch nur ein Wort Englisch spricht, also wenn wir davon reden, also auf deutscher Seite, in der Erstaufnahme, in der Registrierungsstelle wird kein Englisch gesprochen, nicht ein Wort von den dort Angestellten, genau, also das heißt, wenn wir von Qualifizierung und Ausbildung sprechen, das finde ich sehr richtig, ist ein sehr wichtiger Punkt, ich würde allerdings vorschlagen, dass man dann auch von weiter Qualifikation seitens der deutschen Mitarbeitenden spricht und einfach mal Englischkurse anbietet. Jetzt war hier noch eine Frage. Hallo, mein Name ist Sonja. Hallo. Ich habe ein paar Kritikpunkte, auf die Sie vielleicht dann einfach antworten können und zwar finde ich, dass also das mit dem Unternehmen, das ist eine ziemlich krasse, das Machtgefälle vom globalen Norden auf den globalen Süden verstärkt, also erstmal kulturell, wie Sie gemeint haben, dass dann irgendwie Produkte abgeändert werden, um irgendwie dem westlichen, modernen Standards oder so zu entsprechen, dann politisch, wo werden Steuern gezahlt, werden hier gezahlt, was wird dann, was passiert mit den Steuern, die gehen vielleicht in Waffenexporte, das Ganze treibt das nur an, statt die politischen Strukturen vielleicht zu demokratisieren dort vor Ort. Dann, ja, wirtschaftlich, also ganz klar, es wird produziert in den armen Ländern, verkauft in den reichen Ländern, ist das, was wir irgendwie wollen, weil für mich ist Feminismus immer antikapitalistisch und, ja, was Sie dann auch zu den Vertriebenen gesagt haben, ein Satz, der mich irgendwie ziemlich, ja, aufgeregt hat, muss ich sagen, ist, ich, die mich für Syrer interessiere, das klingt schon nach dieser Verwertungslogik, wir nehmen jetzt hier die Fachkräfte und um die müssen wir uns kümmern und die Syrer, wir diskriminieren sozusagen auch noch unter den Vertriebenen, wozu führt das dann und wieso nehmen wir Syrer sozusagen und dann hat es für mich alles eine sehr neokolonialistische Sprache, ja. Gut, also ich versuche auf alles, wenn ich was vergesse, erinnern Sie mich bitte. Also der erste Punkt mit dem Abändern der Produkte, ich glaube, das war der erste Punkt, da haben Sie, da muss ich Ihnen völlig recht geben, haben wir lange daran umüberlegt, ob wir das machen oder nicht. Es ist aber inzwischen und das kann ich Ihnen nur sagen, wirklich eine gemeinschaftliche Entwicklung geworden und es ist auch so, dass unsere Produkte auch inzwischen eben lieber non-sales verkauft werden. Also es wächst ja, es ist kreativ. Jemand hat eine Idee, diese Farbe zu nehmen, der andere hat die Idee, diese Farbe zu nehmen. Ich finde, dass dabei was Neues entsteht und ich finde, das eben an der Stelle eine positive Entwicklung. Ich kann den Punkt verstehen, ich habe die Kritik auch schon häufiger gehört, aber wenn man von Anfang an dabei gewesen ist, dann hat man selber eben erfahren dürfen, wie sich das Schrittchen für Schrittchen aufbaut und wie sich das mischt und allem drum und dran und ich denke, das ist sehr wichtig. Der zweite Punkt, das Thema, das da ein sehr starkes Gefälle ist, und dass wir nicht in den armen Ländern produzieren wollen und in den Reichen verkaufen, was ist denn der Umkehrschluss? Der ist echt übel. Sie produzieren in den Reichen und verkaufen in den Reichen. Also ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll, dass dann sozusagen, dass da eine gleichberechtigte Weltwirtschaft entsteht, weil, und das ist ja ganz wichtig, bei Ihrer Kritik müssen Sie ja sehen, dass bei der Produktion von verschiedenen Firmen, zum Beispiel in Bangladesch, 80 Prozent des Profites im Westen landen und eben nicht 85 Prozent vor Ort, um die Möglichkeit des Aufstieges auch zu gewährleisten. Und das Dritte, wenn dieser Satz, ich interessiere mich für Syrerer, das war in keinster Weise, wir nehmen übrigens, wir arbeiten wollen dann hier in Berlin, auch völlig offen für alle machen, nur ich finde das immer schwer, wenn man über was redet und so halbsätze hier rausbringt, wenn man die Zahlen und Fakten nicht kennt und deswegen distanziere ich mich da gerne und sage ich lieber, ich rede nur über das, wo ich Bescheid weiß, wo ich mich informiert habe. Wenn das anders rüberkommt, dann tut es mir leid. Es gab noch den einen Punkt mit den Steuern. Danke. Ja, der Punkt ist natürlich, liebend gerne würde ich ein Unternehmen vor Ort gründen. Liebend gerne, Verbesser, viel besser. Keinen können wir nicht. Ist einfach so. Also in Syrien schon mal gar nicht. Die Rechte haben die Menschen einfach nicht und im Libanon hatte ich das ja erklärt, dürfen Syrer das auch nicht. Das wäre ein Schritt. Ach ja, und dann sagten sie, selbstverständlich, sofort für die Demokratisierung im Land kämpfen. Ich habe das persönlich auch sehr stark getan und tue es weiter, denn wir reden viel über die Flüchtlingssogenannte Krise, aber keiner redet mehr über die Ursachen. Das ist das Wichtigste und steht vor allem, was aber meines Erachtens nicht ausschließt, dass man das andere auch macht. haben Sie noch Fragen oder Anmerkungen? Ah, hier vorne? Oder erst hier hinten und dann hier vorne. Okay. My name is Sabiha Khalil. I'm from Syrian Women Network. Hi. I'd like to thank you for your great presentation about your project for Syrian women in Lebanon and maybe somewhere else in Turkey or others. I'd like to exploit this event just to explain a problem which is very critical. A lot of Syrian members, Syrian refugees, namely Sikh family reunion. There is, as you mentioned, bureaucratic procedure in embassies and others in Lebanon and neighboring countries which Syrian refugees existed there. when they go to the embassies they find a lot of obstacles and these obstacles leads them to forgive or to give up to give up applying for family reunion and they seek coming illegally by seabots, balams, as you know. And you know, of course, the situation how what happens to refugees taking the trouble of such a bad journey. That happens though they have the right to come here legally. So imagine how bureaucracy obstacles these people. So I just want to call on all civil society organizations and maybe policy makers in order to take this into consideration. And thank you. Thank you very much. I cannot agree more. For today I left out the visa procedures. I just mentioned it I think with one word. I have personally gone not just for family reunion with so many people through this visa procedures to get them legally and safe out of the country. And I can understand and confirm 100% what you were saying how difficult this situation is. especially now as there as I know just are two open family reunion programs in Germany left over in Berlin and Hamburg. So yes. Hello I am Annika Reich I am Journalist and Autorin and you have a very nice toller Vortrag thank you. Thank you. You have said you would gerne the Arbeitsberechtigung estreiten and that gefällt me of course very good and I would gerne know what the civil society or what they have for ideas on which point on which neuralgical point would they do set it if the media for or could do you have specific and precise lobby work do have you have ideas then would I would I would say I have a vision and I have the first two three steps because I have in last time very stark the experience that is incredibly important on whom you and that can here in Berlin be in the city in Frankfurt and it is very 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 different I know one of in Bayern where the Bürgermeister the Arbeits Genehmigung sofort erteilt hat sofort Entschuldigung also und deswegen kann ich das nicht prognostizieren was uns hier passieren wird wir werden es in Berlin versuchen dafür folgen spricht man erstmal mit Industrie und Handelskammer man muss mit dem Finanzamt sprechen nicht nur mit der Agentur für Arbeit mit dem Job Center man muss erstmal Network und Lobby Arbeit machen und im nächsten Schritt braucht man Verstärkung und diese Verstärkung und das ist der Plan sie aus der Wirtschaft zu holen indem man wirklich im klassischen Sinne eine Lobby aufbaut die nach denselben Sachen fragt und das ist erstmal definitiv dass der Antrag auf Arbeitsgenehmigung sofort nach Registrierung gestellt werden darf und ohne Vorrang Prüfung und ja Medien sind dabei höchst willkommen bei dieser Diskussion ich komme wieder mit meinem Dauerthema was jetzt wohl ich ein halbes Jahr reiten werde ohne gute Deutschkurse können sie meiner Ansicht nach jetzt verschärfe ich es mal ohne gute Deutschkurse wo natürlich gutes Personal zugehört was sie Kommunikations Zeit genannt haben das heißt also nicht irgendwas runterleihern und irgendwas die müssen total gut sein und die Personen müssen sich da wohl fühlen und alles und auch wie Sie sagten Frau Kavart natürlich als gemeinsames Lernen so ist jede gute Schule inzwischen gemeinsam aber ohne gute Deutschkurse können Sie meiner Ansicht im Moment also außer Wohnen Kleidung Arzt keinem Flüchtling und keiner Vertriebenen helfen darum müsste das kombiniert werden mit rechtlicher Änderung Forderung an die Wirtschaft dass die berufsspezifisch also wer soll die ganzen Deutschkurse bezahlen da muss Geld für her da muss Personal für her da müssen kreative neue Konzepte für her also ich nehme das mit das ist tatsächlich eine Anregung die ich jetzt noch nicht so im Kopf hatte aber da würde ich gerne mal ein bisschen drüber schlafen das ist eine interessante Idee also Sie bezahlen das eine Sache sie zu organisieren da habe ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten da bräuchte man glaube ich schon eher Institutionen mit denen man dann zusammenarbeitet also was die Organisation angeht aber ich würde es nicht ausschließen aber ich muss wirklich mal eine Runde darüber nachdenken also vielleicht das einfach nur als Frage zurück also meine Wahrnehmung ist dass die Deutschkurse auch gerade die berufsspezifischen Deutschkurse für die höher Qualifizierten auf Seiten der Vertriebenen auch selten auf Kritik stoßen also das ist eigentlich etwas also meiner Wahrnehmung noch das Einzige was funktioniert fand ich jetzt auch nicht in der Diskussion dass da jetzt das wird ja dann dass da jetzt das finanzielle Problem das zentrale ist habe ich so nicht erfahren würde ich jetzt einfach mal mit einem Fragezeichen versehen ja aber das wird ja jetzt auch zur Verfügung gestellt vielleicht noch ein Punkt wie ist das denn wie ist denn Ihre Einschätzung also wer jetzt schon im Jobcenter ist muss ja ein Praktikum absolvieren ein einmonatiges Praktikum das vom Jobcenter bezahlt wird also wo es überhaupt keine Risiken auf Seiten der der Arbeitgebenden gibt meine Erfahrung ist dass es sehr 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 schwierig ist für die für die Vertriebenen auch nur dieses Praktikum zu machen dabei wäre es ja eigentlich ein einfachstes also das nun wirklich ein ganz einfacher erster Schritt um überhaupt in Kontakt zu Leuten zu kommen zu sagen ja diesen einen Monat auf jeden Fall und dann gucken wir mal ob was weitergeht was weitergehen kann was nicht weitergehen kann auch angesichts dessen das hatten sie ja am Anfang gesagt dass die Jobvermittlung als Job also die Jobcenter als Jobvermittlungsinstanz nicht funktionieren ist das denn schon weiter in der Diskussion oder ist das wie wie ist da der Stand aus ihrer Sicht ja also das war der erste Schritt über den den wir genau gesagt haben okay wir bieten jetzt Praktika an jetzt kamen wir aber zu dem zweiten Schritt und den finde ich unheimlich wichtig bezahlte Praktika und dann kommen wir schon wieder in die nächste Hürde weil wir wollen ja das ist ja Arbeit und die soll bezahlt werden und genau darum geht es ja und in dem Moment wo wir dann eben das dann entsprechend auch entlohnen verliert derjenige seine Unterstützung beziehungsweise und dann müssen wir schon ein Vielfaches was okay ist was wirklich in Ordnung ist jetzt in meiner Branche ist es nicht in jeder Branche so möglich und dann haben wir wiederum die Situation dass wir auch dafür eine Genehmigung brauchen also von daher man kann das so ein bisschen unbürokratisch mit Praktika noch so ein bisschen durchschummeln sage ich jetzt mal ich möchte da nicht zitiert werden und dass wir das schon machen nein tun wir natürlich nicht aber das ist eine gute Möglichkeit und ich würde sagen die Vielzahl der Unternehmen hat damit tatsächlich keine Schwierigkeiten Praktika anzubieten aber nochmal wir haben ja nicht nur Pro-Leute sondern auch dagegen und wenn die dreimal beim Amt waren dann haben die keine Lust mehr und dann nehmen sie halt doch jemand anders das ist Realität ja bitte Helga Kirchner Journalistin vom Journalistinnenbund unter anderem auch hier ich würde gerne eine Information in Verbindung zu dem was Eva Quistop vorhin gesagt hat nochmal zur Kenntnis geben die Not ordentlichen Deutschunterricht zu erteilen finde ich drückt sich darin aus dass zur Zeit ja die Landesbehörden die Landesministerien die in Pensionen gegangenen Lehrerinnen und Lehrer einlädt ehrenamtlich Deutschunterricht zu erteilen damit für die jetzt eintreffenden Sie sagen Vertriebenen ich sage jetzt immer nochmal Flüchtlinge damit überhaupt genügend Lehrpersonal zur Verfügung steht das finde ich muss man müssen wir auch zur Kenntnis nehmen dass da einfach ein so enormer Bedarf entstanden ist das andere ist und das würde ich Sie gerne fragen Frau Idriss ja Entschuldigung ich habe auf Frau Kappertschild geguckt obwohl ich deren Namen weiß und ihren habe ich mir noch nicht so gut eingeprägt obwohl ich so beeindruckt bin von dem was Sie uns hier mitgeteilt haben wir Journalistinnen und Journalisten suchen ja eigentlich immer nach guten Beispielen das ist natürlich wunderbar dass sich die Kollegin eben schon gemeldet hat und wir sind ja nicht nur Expertinnen im Saal sondern eben auch schreibende und sendende Kolleginnen gibt es wie Sie das ins Leben gerufen haben eben auch andere von denen Sie Kenntnis haben sind Sie zum Beispiel schon in Netzwerken unterwegs von denen es gut für uns wäre zu wissen dass es gibt sodass wir darüber berichten können denn ich glaube die Öffentlichkeit muss einfach mehr darüber überhören um dann auch ein gesellschaftliches Klima zu erzeugen in dem diese Barrieren die zusätzlich errichtet worden sind jetzt gerade kürzlich noch durch die Veränderung des Asylrechts und die vorhandenen die wir schon seit langer Zeit haben eben auch schneller abgetragen werden das ist so der eine Punkt würde ich Sie gerne noch um eine persönliche Einschätzung bitten mich beschäftigt seit ungefähr einer Woche da habe ich glaube ich davon gehört eine Sache die Panorama nachrecherchiert hat Herr de Maizière hat vor einiger Zeit Zahlen in die Welt gesetzt und trotz widerlegender Informationen diese Zahlen auch immer wieder wiederholen und andere beziehen sich da inzwischen immer wieder drauf er hat nämlich gesagt dass 30 Prozent der hierher kommenden Syrerinnen und Syrer überhaupt keine Berechtigung hätten zu kommen weil sie entweder keine Syrer sind oder keine Flucht- und Vertreibungsgründe geltend machen können diese Zahl hat wie viele falsche Informationen Flügel bekommen sie ist in der Welt und wenn jemand wie sie mit den biografisch persönlichen Hintergründen und der unmittelbaren praktischen Erfahrung hier ist würde ich sie gerne darauf ansprechen und von ihnen wissen was sie von so etwas halten also erstmal grundsätzlich Herr de und ein Ministerium das die Zahlen nämlich das BAMF zur Einwanderung monatlich veröffentlicht sagt ganz andere Zahlen als er so in der Presse dabei kann ich nur jedem empfehlen da einmal auf die Seite zu gehen und zum Beispiel es waren Ende Juni oder Juli 190.000 Asylanträge im Jahr 1993 hatten wir weit über 800.000 selbst wenn man das Jahr hochrechnet weiß ich nicht warum ja klar und dann weiß mich nicht warum man schon sich im Juni Juli hinstellt und von der Million redet das ist unverantwortlich aber jetzt was diese 30% Zahl angeht tue ich mich natürlich sehr schwer also meine persönliche Erfahrung gebe ich ein klares Nein dazu so jetzt ist aber natürlich so dass die Arbeit in den letzten sechs bis acht Wochen massiv war und deswegen das war ja auch der Grund warum ich der jungen Frau gesagt habe ich tue mich schwer damit Aussagen zu machen wenn ich keine Gelegenheit hatte ein bisschen zu recherchieren und zu forschen ich kann mir nicht vorstellen dass es stimmt das was ich wenn ich in Camps bin und das war eben nicht mehr so viel in den letzten sechs bis acht Wochen kann ich dieses Bild in keinster Weise dass sich das mir widerspiegelt bestätigen ich habe den Eindruck es völlig aus der Luft gegriffen aber vielleicht kann sie mir helfen also ein Indiz dafür dass es nicht stimmt ist ja dass die Kritik von Panorama nicht dementiert wurde seitens des Ministeriums also das wurde ja öffentlich gemacht dass diese Zahlen unhaltbar sind und normalerweise wenn es eine Handhabe gibt seitens des Ministeriums verlangen die natürlich eine Gegendarstellung und das ist noch nicht mehr der Versuch ist unternommen worden insofern würde ich davon ausgehen dass diese Zahl einfach Teil der Propaganda sind die von dem Ministerium gefahren werden jetzt gab es aber noch einen zweiten Teil der Frage in Bezug auf genau ich kenne jetzt so in der Art wie Gialpa arbeitet tatsächlich keine Initiativen momentan ich kenne aber sehr 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 viele erste Ideen aber die haben sich noch nicht materialisiert weil wir haben ja vor ungefähr einem Jahr angefangen und das heißt wir sind nicht sozusagen in den Hype reingekommen die anderen haben jetzt irgendwie erst acht bis zwölf Wochen Zeit ich würde mich da gerne in Indizien und Themen und Namen nennen wo ich denke wow das ist echt spannend ich lese auch immer wieder etwas zum Beispiel eben auch das Thema Werkstatt Ausbildung und so weiter und so fort aber ich bin nicht sattelfest momentan genug dass ich Ihnen das jetzt so rüberrufen kann aber ich würde das gerne nachmelden also eine vielleicht in Ergänzung es gab natürlich auch erst Initiativen in dem Zusammenhang mit den Vertriebenen vom Oranienplatz diese Bewegung hatten wir ja auch in Berlin Arrivo aus der schlesischen Straße 27 jetzt einfach für den Berliner Kontext gesprochen hat genau eine Werkstatt hat eine Tischler Werkstatt aufgebaut in der mithilfe eines dieser italienischen Designers sehr sehr schöne Möbel gezimmert wurden auch dieses Projekt ist gescheitert an der hiesigen Bürokratie die Hoffnung war dass wenn die Vertriebenen in Vorleistung gehen wenn sie diese Werkstatt aufbauen wenn sie diese Produkte bauen dass sie dann eine Arbeitsgenehmigung bekommen Innensenator Henkel hat das alles verhindert nicht eine einzige Person hat eine Aufenthalts oder eine Arbeitserlaubnis oder eine Aufenthalts Genehmigung bekommt nicht eine insofern ja es gibt Initiativen also auch ich habe früher für die Taz gearbeitet auch als Journalistin wo immer langsam langsam fängt es an dass man eben darauf aufmerksam gemacht wird aber sie werden eben systematisch ausgetrocknet durch die Bürokratie und nicht jeder hat den langen Atem und nicht jeder hat das Kapital und nicht jeder hat die Expertise tatsächlich sich dagegen zu stemmen das darf man denke ich nicht aus dem Blick verlieren gibt es noch Fragen im Saal nicht dass wir hier vorne mein Name ist Sibylle Blockstedt ich wohne seit zwei drei Jahren im Wendland wo die Hilfsbereitschaft sehr sehr groß ist wo auch sagen wir mal die Bevölkerung ansteht und sich beklagt warum sie nicht mehr helfen kann und das ist schon sehr anrührend auch zu sehen und die Frage ist welche Möglichkeiten der Vernetzung gibt es also kann man das über ihre Homepage machen also dieses Gialb bekommen oder wie soll das passieren also die Situation Sie beschreiben spiegelt sich für mich in Frankfurt genauso wieder wir haben es gibt mehr Fragen wie kann ich helfen als dass es Antworten gibt und auch dort hat jetzt gerade eben eine wird eine Plattform gegründet eine Internet Plattform die Frankfurt hilft damit sich überhaupt mal alle Vereine und Organisationen und Privatleute dort melden können was sie tun können was gebraucht wird und darüber austauschen es gibt verschiedenste größere und kleine in Facebook Geilpe ist dafür nicht geeignet weil wir alle berufstätig sind und dadurch wir schaffen das täglich unsere E-Mails zu beantworten aber wir schaffen es gerade und das hat auch einfach nicht die Funktionalität dass das Sinn machen würde Sie brauchen eine Austauschplattform wo Sie was reinschreiben können und das wäre nur ein Kontakt Formular das dauert zu lange diese Enttäuschung die erlebe ich auch bei vielen oder auch ein bisschen ich möchte doch so gern was tun was kann ich tun und auch da muss man sagen das bildet sich gerade erst heraus und eine bundesweite Vernetzung sehe ich momentan überhaupt noch nicht ist alles sehr sehr lokal sehr punktuell und ich bin mir nicht ganz sicher wer da ins Lied gehen sollte und könnte vor allen Dingen uns alle wie wir an diesen verschiedenen Standorten unterwegs sind miteinander zu vernetzen ganz klar ist es auch dass das im Moment maximal ineffizient ist also linke Hand weiß nicht was die rechte tut also ich spreche jetzt für Frankfurt das ist so es wird aber jetzt so gerade nach den ersten vier sechs Wochen ein Schrittchen besser habe ich das Gefühl also da hat sich eben diese Internetplattform gegründet und ich hoffe dass wir ein paar Wochen so weit sind dass wir zumindest mal eben eine Informationsbasis haben auch sonst muss ich sie da leider enttäuschen ich sehe das momentan noch nicht ich weiß dass einige hier sind die auch sehr aktiv sind dass ich wirklich das zivilgesellschaftlich auf einem größeren Level ist übrigens auch eine Sorge die ich habe dass die Menschen ermüden aus dem sehr Einzelbezogenen was ja auch völlig verständlich ist und dadurch dass sie nicht organisiert sind aber wir versuchen hier nicht existente staatliche Strukturen aufzufangen und wir haben nun mal nicht diese Strukturen die der andere eigentlich hätte und deswegen müssen wir sie neu aufbauen ich habe wie gesagt meine Sorge ob das klappen wird wenn es jetzt einen Moment dann habe ich vielleicht noch eine letzte und vielleicht auch abschließende Frage das entscheiden sie ich fand das ganz interessant dass in Wien vor zwei Wochen gab es ein Konzert 100.000 es gab eine große Demonstration die Veranstalter sprachen von 100.000 Teilnehmenden die auf die Straße gegangen sind und die gesagt haben wir möchten und das Asylrecht schützen Flüchtlinge willkommen hier ist ja noch gar nichts vergleichbares passiert es gibt diese vielen Einzelinitiativen es gibt jetzt ist das Asylrecht verschärft worden es gibt aber es gibt keine in irgendeiner vergleichbaren Größe also diese wie schätzen die das ein ist das Symbolpolitik jetzt zu sagen man muss jetzt einfach auch mal demonstrieren man muss jetzt einfach auch mal Flagge zeigen auch vielleicht im ganz konkreten Sinne dass die Kulturhäuser vielleicht auch die Böll Stiftung einfach mal riesige Plakate runterhängt wir machen das wir refugees welcome ist das Symbolpolitik oder ist das in der jetzigen Situation ein richtiger Schritt ja also ob es Symbolpolitik ist kann ich nicht ganz genau beantworten aber ich halte es für unbedingt notwendig dass man Flagge zeigt und gemeinschaftlich Flagge zeigt weil wir dürfen auch eben nicht vergessen dass wir ein Jahr noch nicht mal hinter uns haben mit den meisten Anschlägen auf Asylbewerber Heimen und Asylbewerber das heißt das Flaggezeichen und das auch in großer Gruppe und gerade aus allen Gesellschaften auch die bösen Banker ist meistens extrem wichtig und wir müssen daraus wir müssen Kampagnenarbeit machen wir müssen zeigen dass wir eine große Gruppe sind und wir sind eine große Gruppe aber da gucke ich dann eben auch an Akteure wie zum Beispiel die politischen Stiftungen etc. aber eben auch andere Großorganisationen die dort vorangehen müssen weil sie die entsprechende Expertise haben wir sind klein wir sind ein kleines Unternehmen wir sind kleine Vereine weil wir eben gerade nicht diese großen Verwaltungsapparate haben wollen in diesem Fall hätten sie ja was für sich weil sie können uns sozusagen die Basisarbeit liefern da muss jetzt nur mal einer sagen okay ich gehe ins Lied ich denke das ist doch ein schönes Schlusswort wir brauchen jetzt jemand der ins Lied geht ich danke Ihnen sehr Lana Idris für die ersten Einblicke für eine andere Perspektive auf die Frage wie kann man Vertriebene wie kann man auch vor allem Vertriebene Frauen in Arbeit bringen und darüber Partizipation ermöglichen ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Sie wissen das Programm geht weiter ich würde mich freuen wenn wir Sie gleich hier wieder begrüßen können zu dem Panel Friedenstische Frauen also das Thema wurde auch angesprochen wie die Beteiligung von Frauen an Friedensverhandlungen tatsächlich nachhaltiger Frieden schaffen kann ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis später Tschüss Dankeschön Applaus Applaus